Und damit herzlich willkommen hier bei SilverFat Games & More. Ich bin der Flo und heute reden wir mal über die Free Agent der NFL. Ja, gestern Nacht, heute Nacht hat die Saison ja neu angefangen, die neue Saison und die alte endete, logischerweise. Und damit konnten Spieler entlassen werden und neue Verpflichtungen angegangen werden. Und ich habe euch heute mal die 22 namenhaftesten Traits und Free Agent Verpflichtungen zusammengefasst. Ein bisschen alphabetisch, gehen wir mal vor. Und ich würde sagen, wir fangen oben an. Danny Amendola, der Wild Receiver der Patriots, wechselt zu den Miami Dolphins. Sicherlich überraschend für alle Patriots-Fans. Die Dolphins schließen damit ihr Loch, was sie auf der Wild Receiver-Position haben. Dazu kommen wir später. Michael Bennett, der Defense End von den Seattle Seahawks, wechselt zum Meister. Federdefer Eagles verstärken damit ihre ohnehin schon starke Defense. Und das sieht doch nach einem auf jeden Fall Playoff-Run aus. Vielleicht reicht es zur Tiefenverteidigung. Und wir werden sehen. Sam Bradford, Quarterback der Minnesota Vikings, wechselt zu den Arizona Cardinals. Auch diese schließen damit ein Loch. Sie hatten bisher keinen Quarterback unter Vertrag. Sam Bradford, wir können nur hoffen, dass er verletzungsfrei bleibt. Und dann haben die Cards da sicherlich einen soliden Quarterback. Teddy Richwater, der eigentliche Franchise-Quarterback der Minnesota Vikings, wechselt zu den New York Jets. Die Jets kam sicherlich auch überraschend. Die Jets damit raus, wahrscheinlich im Rennen um Clark Cousins. Quarterback-Position ist besetzt. Teddy Richwater, man kann nur hoffen, dass er fit bleibt oder wieder gesund wird, beziehungsweise richtig in Form kommt. Und dann haben die Jets da sicherlich für die Zukunft einen guten, guten Quarterback. Guter Deal. Malcolm Butler, der Cornerback der Patriots, wechselt zu den Tennessee Titans. Das war schon nach dem Superbowl sicherlich durchgesichert, dass er dort den Verein oder die Franchise verlassen wird. Und ja, die Titans haben zugeschlagen, haben sich durch einen guten, guten Cornerback geholt. Auf jeden Fall ein Upgrade ihrer Defense. Die weiteren Texten. Jimmy Graham, Titans Seattle Seahawks, wechselt zu den Packers. Jimmy Graham entlassen worden. Auch das hat man schon so andeutungsweise letzte Saison so, ja, könnte vielleicht gehen und so. Ja, die Packers haben zugeschlagen, haben ihn verpflichtet. Jimmy Graham, neue Anspielstation für Aaron Rodgers. Des Weiteren, Case Key nimmt der Quarterback der Vikings ja letztes Jahr bis ins Finale vorgestoßen. Mit der, mit dem Vikings-Franchise wechselt zu den Denver Broncos. Das sicherlich auch überraschend da. Die Vikings damit alle drei Quarterbacks entlassen. Und die Broncos haben ihren Starting Quarterback dann gefunden. Haben ja noch Paxton Lynch und Brock Osweiler auf dem Raster stehen. Aber ja, ich denke, Case Key nimmt dort gute Chancen da, den Starter inne zu haben. Dann haben wir einen Trade. Deshaun Kaiser, Quarterback, Second-Round-Pick letztes Jahr von den Browns. Der wechselt zu den Green Bay Packers. Sicherlich überraschend, dass da die Packers sich Deshaun Kaiser holen. Ich finde es nicht so verkehrt. Denke ich, ist ein guter Quarterback. Hat aber noch ein bisschen Luft, muss noch was lernen. Ich denke, unter Aaron Rodgers kann man durchaus einiges lernen. Und ja, sie sehen da wahrscheinlich die nächsten Franchise-Quarterback in ihm. Und bin mal gespannt. Und damit natürlich auch klar, dass wohl Brad Huntley da keine Zukunft mehr bei den Packers hat. Als weiteres habe ich Jarvis Landry, Wild Receiver Miami Dolphins. Guter Wild Receiver, hat die letzten drei Jahre quasi zweimal eine Tausendjahr-Saison, über Tausendjahr-Saison im Blick letztes Jahr unter, trotz des Quarterbacks Jake Cutler. Ja, 900 und ein bisschen Yards, also richtig guter Mann. Der wechselt auch zu den Cleveland Browns, die damit wieder einen neuen Wild Receiver. Eine gute Waffe haben da in der Offense. Guter Deal. Und ja, die Dolphins haben ja das Loch dann gleich gestopft mit Danny Amendola. Des Weiteren. John Lewis, der Running Back der Patriots, der letztes Jahr im Super Bowl richtig gut abgeliefert wechselt zu den Tennessee Titans. Damit für Henry eine Konkurrenz. Und DeMarco Murray kann da wohl gehen. Guter Deal für die Titans, denke ich. Ja, als nächstes blutet mir das grün-gelbe Packers Herz. Jordi Nelson ist heute Nacht entlassen worden, beziehungsweise gestern Abend. Gründe hierfür, Capspace wäre zu hoch, über 10 Millionen hätte er gekriegt, 32 Jahre alt. Und ja, verletzungsanfällig ohnehin, letzte Saison nicht so abgeliefert, was aber meiner Meinung nach an dem Quarterback lag. Da Handley sicherlich nicht der beste Werfer. Ja, Jordi Nelson, ich wünsche mir oder hoffe für ihn natürlich, dass er nochmal einen Verein findet, dass er noch ein bisschen spielen kann. Guter Mann wird immer wahrscheinlich in den Packers-Fan-Herzen bleiben. Und ja, wurde offiziell entlassen, wurde offiziell auch verabschiedet. Also da denke ich, keine Wiederkehr. Ja, Jordi Nelson entlassen. So, Marcus Peters, Cornerback der Kansas City Chiefs, richtig guter Mann. Wechselt zu den Los Angeles Rams, die damit ihre Secondary verstärken. Adrian Peterson, der Running Back der Arizona Cardinals, letztes Jahr ja fünf Spiele, zwei Touchdowns nur gemacht. Ist auch entlassen worden, das war sicherlich durchaus denkbar. Mal sehen, ob er nochmal irgendwo unterkommt da. Ist ja auch schon gut Mitte 30. So, als nächstes den Marius Randle habe ich Cornerback der Green Bay Packers. Der geht im Gegenzug zu Deshaun Kaiser, zu den Browns, die damit nochmal auf der Cornerback-Position sich verstärken. Die Packers verschlechtern sich hier natürlich auf der Cornerback-Position, beziehungsweise haben da dringend Bedarf, jetzt da was zu tun. Aber mit Randle gab es da Querelen im Team und von daher war der Trade logisch. So, Alan Robinson habe ich als nächstes, der Wild Receiver der Jacksonville Jaguars. Letzte Saison nur ein Spiel gemacht, glaube ich, aber davor die zwei Jahre war er richtig gut. Guter Mann, wechselt hier zu den Chicago Bears und damit bekommt Mitch Trubisky eine neue Anspielstation. Sicherlich ein guter Trade für die Bears, wenn dann Meredith wieder fit ist, hat da Trubisky zwei gute Wild Receiver in seinem Kader. So, als nächstes Richard Sherman, Cornerback Seattle Seahawks, wechselt zu den 49ers. Das ist ja schon durchgesickert vor ein paar Tagen, heute offiziell bestätigt worden. Ja, wenn die Achille-Szenen-Sache da wieder richtig heile wird und Sherman wieder in Form kommt, ist sicherlich ein guter Deal für die 49ers. Alex Smith habe ich als nächstes, Quarterback Kansas City Chiefs wechselt zu den Washington Redskins. Das ist schon länger bekannt und jetzt offiziell bestätigt worden und damit auch offiziell klar, dass Kirk Cousins den Verein oder die Franchise verlassen wird. Der Vertrag wird dort nicht verlängert mit den Redskins und haben in Alex Smith ihren neuen Quarterback gefunden. Sicherlich kein Zukunftsronterback, er ist auch schon 35, glaube ich. Also sie müssen gucken und mal sehen, was da im Draft passiert. So, Jonathan Stewart habe ich als nächstes Running Back von den Carolina Panthers. Der wechselt zu den New York Giants, die ohnehin Probleme und Bedarf haben auf der Running Position. Haben jetzt mit Stewart da, 33 ist er, glaube ich, erstmal einen soliden Running Back, den man durchaus da aufstellen kann. Ich bin mal gespannt, was da in Zukunft noch passiert. Dann habe ich Ekip Telib, Cornerback der Denver Broncos, ein richtig guter Cornerback auch. Einer der besten, sicherlich seines Fachs, ein bisschen so Bad Boy Image hat er. Und ja, der wechselt auch zu den LA Rams, die dann mit Peterson und Ekip Telib zwei richtig gute neue Cornerbacks haben. Und das kann sich durchaus sehen lassen, sicherlich, was das Tandem Cornerback betrifft, die beiden Besten da auf ihrer Position. Also zusammengenommen, haben die Rams da jetzt ein richtig starkes Backfield. So, dann habe ich Tyron Taylor, der Quarterback der Bills, traded zu den Browns. Das ist sicherlich auch überraschend. Die Bills haben damit nur noch Ibims, der Pedermann als Quarterback, müssen definitiv was machen im Draft. Glaube nicht, dass da in Kirk Cousins hingeht. Ja, und die Browns haben damit ihren Starting Quarterback gefunden. Tyron Taylor, einen Jahresvertrag hat er noch. Sicherlich kein zu allgroßes Risiko für die Browns. Wenn er jetzt scheiße spielt, dann schmeißt er ihn am Ende der Saison raus. Und der neue Quarterback, den sie mit Sicherheit draften werden in der ersten und zweiten Runde. Ich gehe davon aus, dass sie den First-Round-Pick dazu nehmen, um sich wieder mal einen neuen Quarterback zu draften. Kann sicherlich noch einiges lernen und wird dort nicht ins kalte Wasser gleich geschnissen. Also von daher vielleicht doch ein guter Deal der Browns. Wir werden sehen, was am Ende dabei rauskommt. Wenn sie wieder 16-0 dastehen, war es scheiße. Und ich denke mal, alles, was über einen Sieg rausgeht, ist dann schon ein Gewinn. Als nächstes habe ich Sammy Watkins, der Wide Receiver der Rams. Der letzte Saison von den Texans zu den Rams gewechselt. Ist jetzt auch entlassen worden. Und die Kenzisse, die Chiefs haben zugeschlagen. Eine neue Anspielstation dann für den neuen, jungen Quarterback Patrick Mahomes. Der ja dieses Jahr das Ruder übernehmen soll, der Chiefs. Guter Mann. Mal sehen, ob er wieder gut in Form kommt, wie er es bei den Texans war. Ich denke, jetzt bei den Rams als dritter Quarterback da sicherlich nicht so die große Chance gehabt. Guter Deal für die Chiefs. Wir werden sehen. Und als letztes habe ich Mohamed Wilkinson, Defense-Lineman der Jets. Der wechselt zu den Packers. Auch ein richtig guter Junge, dralles Ding, würde Coach jetzt sagen. Und ich denke, die Packers haben damit eine der besten D-Lines der ganzen Liga mit Kenny Clark, Mike Daniels und jetzt Neu Wilkinson dazu. Die drei Jungs kann sich sehen lassen da. Ich hoffe, sie spielen sich gut ein zusammen und dann kann das durchaus was werden. Tja, damit sind wohl alle Wege frei für Kirk Cousins auf nach Minnesota. Es wird ja gemunkelt, dass er sich dort schon ein Haus baut in der Nähe von oder in Minnesota. Und ja, lassen wir uns mal überraschen, ob denn so ist. Offiziell noch nicht bestätigt worden, als ich das Video hier gemacht habe. Kann natürlich sein mittlerweile, dass es dann schon die Bestätigung kam. Aber alle Teams, die keinen Quarterback hatten, das waren die Jets, die Cards, also die Arizona Cardinals, die Broncos. Alle haben die Position mittlerweile besetzt. Und bleiben eigentlich nur noch die Minnesota Vikings übrig für Kirk Cousins, der da wohl einen Drei-Jahres-Vertrag unterschreiben soll. 94 Millionen habe ich gelesen, steht wohl im Raum. Das wären dann nicht ganz 30. Irgendwie gibt es noch einen Siding-Bonus und was weiß ich. Auf jeden Fall nicht ganz 30 pro Saison, aber dennoch wird er der bestbezahlteste Spieler wohl der NFL werden. Und das war es mit meinen kleinen Updates. Es gibt sicherlich noch ein paar Dutzend mehr Spieler, die dort gewechselt sind. Trades, die zustande kamen. Aber ich wollte halt nur mal die namhaftesten Spieler hier aufzählen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn, lasst mir doch bitte ein Like da. Solltet ihr noch was ergänzend dazu haben, könnt das gerne in die Kommentare schreiben. Würde ich mich mega freuen. Und wenn ihr wollt, lasst mir doch ein Abo da. Auch das würde mich mega freuen. Und dann sage ich, viel Spaß mit der neuen Saison der NFL. Viel Spaß beim Draft, der ja in einem Monat ansteht. Auch da sind wir sehr gespannt, wer da was holt. Wer da noch retradet. Die Bills brauchen aktuell ja noch einen Quarterback. Ja, wir sind gespannt. Wie gesagt, ich freue mich mega, bis es wieder losgeht im September. Und danke fürs Zuhören. Und ich bin der Flo, ich bin raus.